Wir müssen jetzt noch zurückhalten. Ja, ja, nein. Das ist die Lippen. Dass du das jetzt schon so beurteilen kannst. Ja, um das zu klicken. Ich war jetzt einfach sehr, sehr geschmeidig. Ich habe gerade gedacht, was ich gesagt habe. Auch für Frauen. Also das ist jetzt... Ja. Wie? Nicht nur für Männer oder was? Nein, das war jetzt... Fand ich es gut. Also wenn ich es jetzt zu viel wollte, würde ich es erst nehmen.